immerhin etwas und wird es auch verboten sein overall der fährt denn da so behindert man ich seid die größten ich bin halt der einzige der auf dieser scheiß straße bleibt wenn ihr meint ihr müsst neben der straße fahren dann ist es nicht mein problem mit den unfallbau er ist so gut als er sich das Problem macht was auf dem treu Modus Bufau kaputt Bufau Bufau Ritri Lerfkops einfach mal richtig gut auch Mann ey wie wild